Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sitzt sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das also, Decker? Dann bin ich derart mit Belogen! Jeder hat mich Belogen, so lange es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus, nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbrechen. Ich setze Feiglinge! Verreißer, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer klar behält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behält! Es hat mich jeden nur als Rettpicken... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und da habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden gesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich, der Fall ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Wenn Sie hier ein bisschen Sie wollen, was Sie wollen! wiedergaben sind! Sie wollen sich in die Kugel Sie wollen sie nicht suchen in der Wand Untertitelung des ZDF, 2020